Ich habe weniger Angst vor meinem eigenen Tod, seitdem ich schon mal ziemlich nah dran war. Es ist wirklich ein besonderer Ort. Im Krater des Kilimanjaro, da hat man endlich den Touristen rummellos, der einen oben am Berg zumindest begleitet. Kaum bin ich außerhalb von Deutschland, kann man wieder über alles reden. Ich habe dann einfach zwei deutsche Protagonisten nach Afrika gescheucht und aufeinanderlos. Ein großer, ein lebenspraller Roman, wahrhaftig. Es wird gereist, es wird gefeiert, es wird geliebt, es wird gestorben. Das ganze Leben in einem Buch. Ja, Matthias, schön, dass du da bist. Schön, dass wir beide hier sitzen in der Heinrich-Heine-Villa im Harvestehuderweg in Hamburg. Und dass wir hier sitzen und uns jetzt über deinen neuen Roman, das kann uns keiner nehmen, unterhalten, ist nicht ganz selbstverständlich. Denn schließlich warst du ja schon einmal fast tot. In Afrika damals, es war Krieg, zwischen den Tutsi und den Hutu. Wir waren mittendrin, ohne zu ahnen, dass der Krieg nicht beendet war, was nämlich unsere Informationslage war, sondern nur eine Pause gemacht hat. Und ich hatte eine Blutvergiftung, ohne zu wissen, dass ich eine hatte. Und als ich aus der Notoperation in München erwachte, stand der Chefarzt an meinem Bett und sagte, ein Flugzeug später hätten sie nicht kommen brauchen. Ein großer Roman, der zwei Liebesgeschichten beinhaltet und verhandelt und das in Abwesenheit der beiden Frauen, um die es geht. Die beiden Liebesgeschichten sind nicht erfunden. Die sind natürlich entweder erlebt oder hautnah miterlebt mit engen Freunden. Aber gerade weil es ein solch ernster Stoff ist und weil es eine so große, erschütternde Liebe ist, musste ich das Buch ausbalancieren mit auch großer Heiterkeit an gewissen Stellen. Sonst hätte ich es selber so, ja, hätte ich nicht gut ausgehalten. Ja, das große Talent, das Schwere leicht zu sagen, wie Peter Rümkorf einmal über Erich Kästner gesagt hat, ich finde, das ist dir hier großartig gelungen. Eine Nacht im Krater und dann noch mit Schneesturm, so wie ich sie erlebt habe bei minus 20 Grad und den ganzen Mythen, die um diesen Kilimanjaro, den Göttersitz, die Schwefeldämpfe und die vielen Todesfälle, die es dort angeblich gibt und viele auf dem Berg überhaupt sind, nachweisbar. Und na ja, all das weiß man in so einer Nacht und das schweißt dann widerwillend zusammen. Du hast aus meiner Sicht einen großen Deutschlandroman geschrieben, der aber in Afrika spielt. Für mich als Schriftsteller, aber auch als Lesen besteht die Welt aus viel mehr als nur dieser oder jener Haltung. Es gibt so viele unterschiedliche Lesarten dieser Welt. Die politische Korrektheit sorgt dafür, dass man bei jedem Halbsatz drei- und fünfmal so lange nachdenken muss wie früher. Die Freiheit des Gedankens, mit der ich groß wurde in der Bonner Republik und die in den 90er Jahren sich nochmal sehr entfaltet hat, ist doch in den letzten Jahren stark eingeschränkt worden. Über Deutschland zu schreiben ist gar nicht mehr so einfach, wie es mal war. Es ist ein schlankester Roman und gleichzeitig möglicherweise einer, in den du so viel reingelegt hast, wie noch nie zuvor. Ich wollte so schnell wie möglich wissen, ob es genauso wie ich es geplant habe ausgeht oder ob es leider dann doch irgendwie eine Windung nimmt, die ich nicht wollte. Deswegen habe ich Tempo gemacht beim Schreiben. Ich hätte das Buch doppelt so dick schreiben können. Früher hätte ich das auch gemacht, aber es ist auch ein Ehrgeiz von mir geworden, die Dinger schlank zu machen, so schlank es halt geht. Es ist trotzdem ein umfangreicher Stoff mit viel Vorgeschichte und drum und dran. Da kommt normalerweise schon auch mal so der Punkt, wo du denkst, geht das gut oder habe ich noch die Kraft und kann nicht jemand anders weitermachen? War diesmal nicht. Ich war auch entsetzt, als es zu Ende war. Ja Matthias, jetzt sind wir am Ende unseres Gesprächs und draußen vor der Tür des Hoffmann und Kampe Verlags wartet jetzt dein Verlag auf dich. Ich bin oft alleine unterwegs in der Welt. Ich bin lange unterwegs in anderen Kontinenten. Und wenn ich dann schreibe, vieles schreibe ich dort auch schon direkt hin und die Sätze bleiben auch so dann für die Bücher. Deswegen bin ich eigentlich beim Schreiben nie alleine. Auch das, also nicht nur der Leser, der zukünftige, der schon auf mich manchmal wartet, so stelle ich es mir jedenfalls vor, sondern ganz konkret, das fängt bei dir an und und geht dann eben durch die ganzen Stationen der Herstellung durch. Da bin ich gern, da fühle ich mich zu Hause. Ja, die Vorstellung, dass es irgendwann mal ja jemand liest, hilft mir enorm. Deswegen schreibe ich für diesen noch unbekannten Leser, der dann Jahre später oft erst auf mich zurückkommt. Das ist was Schönes. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.